hallöchen ihr lieben und zwar habe ich euch auf instagram oder einem live steam noch mal gefragt ob ihr noch mal ein paar fragen an mich habt ob er noch mal bestimmte sachen wissen wollt und hier ist das video dazu das heißt einfach in die kommentare unten rein was euch unter den nägeln brennt was ihr unbedingt über mich wissen möchtet was ich euch beantworten soll keine scheu einfach unten rein wenn ich irgendwas nicht sagen möchte dann werde ich auf das kommentar natürlich auch nicht antworten ich hoffe da kommen schön viele fragen zusammen würde mich auf jeden fall darüber freuen und ich würde dann sagen bis zum nächsten video wo ich eure fragen beantworte bis dann ihr lieben